Du bist Anna. Liebling, hast du was? Gut geschlafen? Heiße Quelle mit Phyllis. Ah, wir müssen erstmal nach dem Dorf gucken. Bevor wir uns entspannen. Und ob es jetzt zufällig einen Bauauftrag für eine Schule gibt. Higgins? Ich übernehme beide. Nein, Higgins darf ruhig auch mal was machen. Wir wollen in eine heiße Quelle mit unserer Frau. Ähm, ich übernehme die Schule. Ich bin sicher, die meisten von euch haben gehört oder gesehen, was passiert ist. Ich werde alle Bedenken besprechen und ansprechen, die ihr an diesem Sonntagabend bei der Versammlung haben werdet. Okay, von Django. Kugelfischsuppe. Ja, danke. Django, der olle Blitzfaustritter. Alter, nicht genug Weizen. Das hatten wir doch gar nicht. F, alles sammeln. Rechte Maustaste, sortieren. Anscheinend zählt der Weizen hier drin nicht. Das hast du noch mal sehen. So jetzt rausnehmen. Aber ja, an Sachen gehen das doch auch. Ich bin mir gar nicht sicher, was hier los ist. Oh. Okay. 175. Nein. Rechte Maustaste. So. Du hast alles mit. So. 200 von 200. Hi. Bye. So. Und jetzt die Ressourcen raus suchen. Also. 50 vulkanische Ziegel. Ist falsch. Wohl. Interessant. Haben wir. Fortgeschrittene. Nein. Nur stimmt. Normale Verbundholzbretter. Und 100 Steinziegel. Steinziegel waren. Da. 100. Verbundholzbretter. Da. 50. Ich glaube 50. Hören wir die Sache erstmal mit. Sogar nur 30. Und 20 Aluplatten. Ich glaube wir haben alles. Aluplatten. Ja. Super. 20. 20. 20. 20. 20. 20. Zeug. Wir bauen jetzt einfach so eine ganze Schule auf. Aber ein Kissen können wir nicht hier stellen. Hm. So sollen wir ihm geben. Jetzt dürfen wir sich frei in der Stadt bewegen. I get to be bossed around by my angel, it's so nice Eben das eine Na ja, ihr habt einen Typen verarscht und den Hinterricks erschlagen, aber Brilliant, weiß ich nicht Bitte bitte Alle mögen uns mehr, Kyukyu mag uns und Level Up und überhaupt Oh, Kamina, ich liebe Kamina Leider war ich nie in der Verlegenheit, in meinem Haus oder Wohnung zu wohnen, die sowas hatte Aber, wenn irgendjemand sowas hat, bin ich immer schnurschrackst auch zu So, das heißt, wir haben jetzt gerade nichts wieder zu tun Aber wir haben das Dorf gerade von einem riesigen Roboter Den müssen wir auch noch angucken, ob das Wrack von dem Roboter hier in Remo ist Genau, wir haben den riesigen Roboter bekämpft und alles Da sollten wir jetzt doch hoffentlich Platz eins sein Ja, aber nicht so super hoch Viel mehr Großes Rohr macht 98 Zwei Gummireben Und dann auf zum Hauptplatz und zu dem Forschungslabor Mörner hat das bestimmt schon eingesacktes Ding Ja, liegt hier nicht mehr rum Da ist er Da ist er Oh Das ist unpraktisch Habt ihr noch irgendwas Neues zu sagen? Hi Das Forschungszentrum kann helfen mit dem Optikalsdisk, die du in den Ruinen gefunden hast Es muss da sein, was du da benutzen kannst Mehr Datadisks Das ist das Alter Nee, schade Ich hätte irgendwie gehofft, dass dadurch jetzt irgendwas Neues passiert Gehen wir mal rüber ins Museum Achso, haben wir was Neues im Angebot? Metallrampe Das kriegen wir einen bestimmten Auftrag für Wo das waren Blaupausilien bekommen hätte, hätte man die, das Tor gewählt statt der Schule Kein Kommentar zu dem All-Stars-Riesen-Roberter Reliktbörse Ach, die tauschen hier jetzt Teile Oh Gott Das ist mir zu frickelig Nee, nee, nee Also schön, dass es das gibt und so Aber nee Ich gehe einfach so lange in die Mine und bohre da vor mich hin, bis ich alle Teile habe Schmeiße dann alle ins total aufgekaufte Inventar Also das größte Inventar Level 70 erforderlich Hm, genau Also schmeiße alle Teile ab ins Inventar und komme dann ab und an zur dritte Maschine vorbei und versucht dann da Sachen zu Aufzumotzen 70 70 brauchen wir Oh, das ist krass Achso, wir haben ja gerade gelernt Erhöht für jede Verringerung der Gesundheit um 1% den Schaden Nee Aber hier, die Sachen soll man mal aufmutzen Ist jetzt eigentlich zu spät Ja, aber vielleicht kommt ja noch mal was Durchhaltevermögen Das anwenden Okay Dann mache ich jetzt einfach so den Handelsauftrag Als wenn die Welt gerade fast nie untergegangen wäre Scheinbar Ich pack Kräuter noch eins, weil die Kräuter brauchen wir für diese komischen Möchtegern-Madpacks Also Gummiremen Bestelle her Gummiremen Mal zwei Warten F drücken F drücken Gummiremen Und das war für Oh, eine Ausrufezeichen Scraps 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 Stehen Carole Carole Fragen Noch ein Collar Du brauchst was Qualitätsleder und Kupfer bauen Wer wollte jetzt die Gummiremen haben, wenn ich gerade schon mal hier in der Nähe bin Gummiremen Da unten Der Angler Hi Schön Dankeschön Also ein Qualitätsleder und ein Kupferbaron wird abgeholt Und ich denke damit haben wir unser Haustier, weil das Anlegen von einem Halsband ist halt schon So eine, ja So eine Sache Dadurch gehört einmal Wie ist der? Keine Illusionen zerstören oder so, ne? Aber das hat es auch mit Halsketten auf sich und Schmuck So Hi Nein, das ist das Falschding Haben wir was Neues? 42 Das hat ein bisschen was von Squall Aber die sind höher Trotzdem könnte man sich die durch aufmotzen mit einem anderen Ding Egal, Halsband Morgen wohl erst Warte auf Mitteilung Ja, ok Dann gehen wir einfach früh schlafen Hat mir nicht wirklich mehr irgendwas zu tun heute Zip, zip Oh, mir fällt gerade auf Phyllis wollte von sich aus in die heißen Quellen gehen Also mal was mit uns machen Das ist schon ungewöhnlich, oder? Sonst geht es hier einfach mal noch weg Und jetzt will sie es nicht mehr Verbotten Liebling, don't push yourself too hard You still need to watch your health I don't want you ending up on my operation table Ja, wir passen auf War das eine Einmalmissi? Ja, alles falsch Liebling, hast du gut geschlafen? Jenem das, sei vorsichtig, wenn du heute tauchen gehst Achso, in die Ruinen tauchen, ja Ich dachte schon, was, es ist Winter Ich habe nicht vor, in die Nähe von Wasser zu gehen So, Mitteilung Ziviltruppe Zeug Und von Carol Es war mal was anderes, aber ich habe ein Halsband für deinen Freund gemacht Keine Kosten Das war eine schöne Herausforderung Wo können wir jetzt mehr davon erstellen? Philips? Nein, okay Du da So, und jetzt Scraps Also die Sachen noch kurz einsortieren Und dann Scraps finden F Äh Rechte Maustaste Sortieren Ja Sortieren Ja Das rein Das rein Äh Rest ist okay Hm Auf, auf 17 plus 20 Au, au Oh, wir haben keinen Magst du Rippchen? Magst du auch, ja Das hat doch nicht funktioniert Konnten die das noch nie mitnehmen Hm Ne gut. Neuer Tag. 86%. Was hab ich mit denen hier überhaupt? Kritschungs 10%. Ja, ne. Ja, ich glaube, ich geh dann gleich wieder schlafen, weil die Story nicht weiter geht. Erstmal schauen, ob wir hier noch irgendwas in Auftrag geben könnten. Seid noch am Arbeiten. Ne, nicht E, sondern hier rechte Maustaste. Zeig mal Edelalu und so Zeug. Das ist gar nicht so viel. Ich hätte mehr erwartet, dass da in der Zwischenzeit hergestellt wird. Aber hätte ich wohl mehr parallele Sachen laufen lassen müssen. Naja, das heißt doch. Einfach schlafen. Bist mal zuhause. Achso, ist ja noch nicht Zeit, Arbeit zu gehen. Es ist 9. Irgendwie wieder ins Bett. Hundebesitzer Achievement bekommen. Darling. Sollen wir morgen etwas zusammen machen? Okay. Kräuter Mischung. Sie hat so ein komisches rotes Symbol über dem Kopf. Also wird das was besonderes sein. Ich will nicht schon wieder irgendjemand verpennen. Und Scraps ist anscheinend doch unser Hund. Hi. Beschenken. Dann brauchst du auch irgendeinen kleinen Schlafplatz, oder? Oder bist du so ein Betthund? Die meisten Hunde sind Betthunde, ne? Na gut. Komm schon, Story Quest. Nö. Also... Ja, danke. Also ja, es wird bald dauern, die Schule wieder aufzubauen. Ich hätte irgendwie erwartet, dass da was kommt. Wir müssen Sonntag auf jeden Fall nicht verpassen. Da ist die Ansprache von dem Bürgermeister. Alles sortieren. Ja, so gut. Das heißt, ich stehe jetzt einfach jeden Tag auf. Mach nur die... Hm. Mach ein paar Handelsaufträge, damit Higgins nicht Platz 1 wird. Ich hoffe, dass das auch nicht wirklich wichtig ist. Und sonst warte ich nur, dass die Maschinen fertig werden, um das Gold produzieren, um die Farben zu erweitern. Was bist denn du? Ein Wasserturm. 450 Punkte. Den nehmen wir. Was sind die anderen Sachen da oben? Wasserturm. Das ist nochmal eine Ansage. Da müssen wir ein, zwei Tage auch nicht jeden Tag hier alles checken, was heute ein guter Vorsprung sein. Hopp. Also, Wasserturm. Nicht irgendwie Wasserspeicher. Da habe ich ja auch mal einen kleinen Fehler gemacht. Wassertank. Nein. Wassermotor, Wasserlager. Nein. Hier ist es schon mal nicht. Wasserturm. Bauen. Es fehlen große Rohre. Großes Rohr. Großes Rohr. Herstellen wir mal acht davon. Wir brauchen bald neues Harz. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. E. Wasserturm. Bauen. Eine Stunde und das Ding ist fertig. Kde. Kde. Können wir bei dir jetzt etwas Neues machen, jetzt wo der Bot besiegt wurde? Wartest immer noch auf die beiden Sachen. Die Wetterfolie können wir auch schon längst kaufen. Das war glaube ich im Forschungszentrum. Aber... Ich achte nicht wirklich aufs Wetter. Tja, das kannst du alles haben. Du musst jetzt noch eine Stunde bauen. Hacken wir ein bisschen hier drum herum frei. Wir hoffen, dass es bald gehört. Ist ja nicht so, als wenn wir gut bezahlt worden wären für... Dorf retten und so. Aber da haben alle nicht geholfen. Wir wurden sogar bezahlt. 104.000. Das reicht nicht. Das waren sogar 200.000 für das nächste Upgrade. 118.000. Und das ist machbar. Ach so, dann war die Zeit nicht machbar. Zeug, Zeug. Wasserturm. Aufheben. Wo gehen wir den Wasserturm ab? Handelsauftrag. Ich brauche dringend einen Wasserturm. Beim Südblock. Auf zum Südblock. Den nehmen. Das heißt, das sind coole Passagiere. Mint. Mint. Mint haben wir noch nicht wirklich geboostet. Aber ich weiß nicht, ob der irgendwas besonderes hat. Du willst Obstsalat? Hey! Kleine Schultertasche. Ne. Was machst du denn hier hinten? Hey! Das ist ein 6300 Gold. Ich will trotzdem noch 20.000. Das war wieder ein Achievement, das ich verpasst habe. Hm. Läuft ja, was das angeht. Ja, und jetzt gehe ich wieder schlafen. Hast du was zu sagen zum Roboter? Nö, äh, ja, dann gehe ich jetzt wieder schlafen und morgen haben wir das Date mit Phyllis. Das scheint irgendwas Besonderes zu sein. Und ja, dann übermorgen die Ansprache vom Bürgermeister. Ich denke mal, da wird dann irgendwas Neues ausgelöst und bis dahin ist die Schule dann vielleicht auch fertig. Ja, oh ja, sehr viel Tage skippen, damit wir, ne, das ist das Ende sehen können. Schlafen, jo.